Nach der Zug geht hier runter. Nach der Zug geht hier. So, jetzt muss ich Richtung Detford. So, jetzt muss ich Richtung Detford. So, jetzt muss ich Richtung Detford. So, was das jetzt hier ist, weiß ich nicht. So, jetzt muss ich durch den Park gehen können. So, jetzt muss ich Richtung Detford. So, jetzt muss ich Richtung Detford. So, jetzt muss ich Richtung Detford. So, jetzt muss ich in der Richtung gehen. 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 Oh, herrlich hier. 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 Oh, jetzt muss ich hier lang. Oh, herrlich hier. Oh, herrlich hier. So, herrlich hier. Oh, 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 herrlich. Oh, herrlich hier. 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 Oh, herrlich. Oh, herrlich hier. Oh, herrlich hier. Oh, herrlich. Oh, herrlich. Oh, herrlich hier. Oh, herrlich hier. Oh, herrlich hier. Oh, herrlich. schön mit der Glüte DWH so jetzt müssen wir ja irgendwo einen Waldweg hier gehen die Lappen schafft es schön so jetzt so jetzt so 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 auch schön hier voll in grün kein Auto mal kurz fährt das dauert nicht lange jetzt bin ich in Detfurt das ist das Tier ne Wessel schon im Wessel verstehe ich gar nichts mehr den anderen Weg gehen können der Schöne so 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 nicht so weit fahren brauchen nicht so weit fahren brauchen ich vermute dass wir denn da hoch müssen ich vermute dass wir denn da hoch müssen so 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 fürchterlich diese Autos jetzt vermute ich jetzt vermute ich dass ich hier hoch muss jetzt vermute ich dass ich hier hoch muss dann eins wie geradeaus okay so 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 Flugplatz das geht dann berg hoch hier Waldfrieden, doch hier hoch 1,5 km ist doch hier richtig nach die Kolzen und dann fragt man den Bus nach oben 2,5 km Piss hallo das ist ja auch nicht so einfach in der steile geht da lang den schönen blick das ist ja so Shit! Shit! Oh, hier sind das hier Hühn. Nee, kannst nicht mehr durchgucken. Das ist zugewachsen schon. Was ist zugewachsen, das ist zugewachsen. Das heißt, ich bin ein Hühn. Das ist ein Hühner Vorstandsgericht. Schön, ja. 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 Schön. Ja. 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 Da ist unter den Parallelweg. PKWs. ist ja wieder so schön wie gestern so schön wie gestern so schön wie gestern so schön wie gestern Oh. Ist das hier ein geiler Tierwald? Okay. Leider kann ich keinen Geruchsfilm drehen. Riecht richtig schön blumig. Da sieht noch ein Schild aus. Das ist ein Blick. Steine. Steine. Was ist das denn hier? Hier ist ein Ferienhaus oder was? Wollen wir nicht weiter gehen? Oh, ist das hier schön. Kann man da von der Gaststätte hier runter nennen? Probieren wir es mal hier hoch. Hier ist nichts ausgeschildert. Hier ist nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Parkplätze ist verboten Oh, schön hier! Hier geht es gar nicht weiter Oder da? Hier! Die Kolzwaldfrieden geht wieder Oh, schön hier! Hier ist auch dieser Essweg Oh, jetzt bieche ich dir zwei ab Jetzt weiß man nicht, welcher ist hier Gucken wir mal hier Gucken wir mal hier Der geht aber auch in der Richtung Gucken wir mal hier mal hier 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 Kein Mensch heute hier Kein Mensch heute hier Hier ist was hell auch Hier ist hier so viel Gucken wir mal hier mal hier Gucken wir mal hier mal hier Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habe ich es gefunden. Jetzt habe ich es gefunden. Sehr hübsch. So, dann geht es hier weiter nachher. Schön hier. Oh, dieser Essweg hier. So, dann geht es hier. So, dann geht es hier. Oh, ist auch schön hier. Oh, ein schöner Weg hier. Ich kriege nicht so schnell die Hummel. So, dann geht es hier. Oh, jetzt geht es hier wieder rechts. Oh. Hier geht es zum Wald. Jetzt hätte ich da gerne was getrunken. So, dann geht es hier. 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 Oh. So, dann geht es hier. So, dann geht es hier. Herrlich. Dann geht es zum Meisterweg. Jetzt bin ich bald wieder aus dem Wald hier raus. So, dann geht es hier. Sehen wir mal, wo es sind. Oh, herrlich. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ein Auto lang. Was ist das denn? Ach, das ist das hier, glaube ich, zum Röderhof oder sieht's gut nach aus. Nach Leerstedt. Das könnte das hier was sein. Was sieht danach aus hier? Ja, da ist der Röderhof, da hinten. Die Strecke ist viel kürzer, wie ich jetzt gestern gegangen bin. Das ist der Weg von Wessel. Das ist der Weg von Wessel. Und die Mordetje auch. Das ist der Weg von Wessel. 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 Oh, ist das schön. Nein. Kein Mensch hier. Also mehr Abstand kann man gar nicht mehr halten. Das ist der Weg von Wessel. Hier ist ein Auto hier. Das ist der Weg von Wessel. Das ist der Weg von Wessel. Das ist der Weg von Wessel. Das war der Parallelweg. Und jetzt geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Sonnenberg. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.